Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei Cognition. Wir machen natürlich weiter, um auf den Spuren von Cordelia zu sein, warum wir hier in ihrem Loft, Urloft, in ihrem Apartment, Luxuswohnungen sein dürfen. Gleich erfahren wir ein paar Geheimnisse. Fun. Yay. Macht das Spaß. Ich glaube, ich möchte auch sowas bauen. So Keith, ich rede mal mit dir. Well, no, but... Thanks. I see what you're doing, and you're right. But this latest thing I'm trying to do, it just hurts to keep thinking about, but I can't let it go. I can at least think about the tower's design and feel good. It's one big problem that I solved. So, you're on to the next thing? The gears don't stop spinning in that head of yours, do they? You make it sound like a choice, Cordy. I'm working on the ori over there. I'm trying to make it into a functional tool for measuring planetary movements. Orrery? That's what that thing with the planets is called? Well, ours is a little different, but yes. I just need to work on balancing it, and I'll be finished. But it's tricky. I need to use the right wrench on the right planet, and I have to adjust it in the right direction. Adjust it? I'm using these to make the fine adjustments, but nothing has worked so far. Keith, I have a suggestion for how you could fix those planets you're working on. Yeah? What's that? Use the large wrench. Adjust the blue planet with it. And turn it clockwise. No, Cordelia. I'm sure I already tried that, and it didn't work. Oh, God. Keith, have I noticed some strain between you and Max? Probably. He's getting insufferable. Trying to tear away any dignity I might have gained through working on the design of the towers. And he's doing it just so he can move along to the next new thing. What's wrong with moving on to new things? Nothing! If you've got somewhere new to move to, I don't have that luxury right now. Can you tell me what progress you've made with the orrery? Not much to say. I haven't been very systematic, so I don't know. Maybe I'm losing my edge. Keith, don't talk like that. You're just down. Lots of stress lately. Keith, I have a suggestion for how you could fix those planets you're working on. Yeah? What's that? Ich probiere es jetzt mal aus. Ähm... Ich bin gerade überlegen, wie könnte ich dieses kleine Problem lösen? Ich bin gerade überlegen, wie helfe ich ihm dabei? Hm... Ich probiere es jetzt mal mit dem Großen. Hm... Ich weiß es nicht. Äh, ich muss das mal irgendwie... Ich weiß es nicht. Äh, ich muss das mal irgendwie... Ich weiß es nicht. Äh, ich muss das mal irgendwie... Okay, fragen wir um wegen der Unterschrift. Is it really so bad to sign away some legal claim? You still designed Enthon Towers, Keith. Your name might not be on the plaque, but you know it's an... No, it's not about plaques. It's about Max thinking he can take something that I busted my hump for and just turn it into another commodity, another moneymaker. Are you sure that's what he's doing? This is a condominium, Keith, not a microchip patent. I'm not sure what he's up to, but I don't like it. I'll talk to you later, Keith. Alright. Dann muss ich das irgendwie anders machen. Ich guck mir mal den Schreibtisch an. So, das ist... Keith. Cordelia's andere Bruder, ich glaube. Hm. Vielleicht kann ich ihn aufschauen. Vielleicht sogar kenne ich ihn. Großer. Diese Adjustments sind zu groß. Ich werde ich hier nicht irgendwo mit dem Schraubkopf kommen. okay wir den großen kommt er nicht so so dass something the key is going to do sometime in the future i've had this feeling before but never focused on it like this okay so turning the wrench clockwise only loosens when i'm working on the blue planet and the red planet if i want to tighten them i have to turn it the other way so jetzt was mit dem mittleren okay so if i want to get this difficult one in the right spot i definitely need to be tightening it i've seen premonitions related to each of these wrenches but i still don't think it's enough information to really help me modell anschaffen i can't get it i can tell there's something to see but i'm not very good at this i don't think i'll be able to see it wie kann ich ihm dabei helfen so jetzt sind wir in der gegenwart wir haben eine mail bekommen akte max smith akte keeves smith okay so da wollen wir uns das gemälde auch mal anschauen und hinter der schwarze Nummer 2 haben wir... ja, max ist sicher genau wie ich in der vision gesehen habe hier ist es ich frage mich, was für die wertvolle sind ich kann nicht ich kann aber zurück ich kann aber zurück ich bin mir jetzt mal was aus hinweise habe ich jetzt schon verstanden gleich schaffe ich es ja jetzt keith keith ich habe eine suggestie für wie du die planeten konzentrieren kannst die du arbeitest ja? was ist das? mittlere schraubenschlüssel äh, sechstanz den grünen planeten den grünen planeten und schraubend nicht nicht Cordelia ich bin sicher nicht ich habe das ich habe das schon versucht nicht ich habe das schon versucht und es nicht funktioniert auf Mark auf Mark geht das nicht ich habe das nicht ich spreche mit dir ich kann das nicht ich kann nicht das nicht nutzen um es sind welche türen gerade zugegangen da muss ich es noch mal das halbzimmer gehen es sieht aus wie es bewegt aber es sieht auch extrem fragil wie kommt das jetzt let me see if i can find any memories relevant to keith working on this thing so the small wrench definitely isn't the one to use but i still need to lock the green planet in place look at that i have a lot more control if i jiggle the wrenches i turn it i don't know how i know this it just hit me keith needs to jiggle the hex keys when he makes adjustments with them das ist super jetzt haben wir es geschafft keith keith i have yeah what's that use the medium wrench adjust the green planet with it ok und im uhrzeigersinn drehen internet clock wise but jiggle it when you do jetzt haben wir ihnen dabei geholfen das ist doch super jetzt was machen wir jetzt wenn wir zu dem geholfen haben hier ist das unterschreibende dokument er unterschreibt er unterschreibt was ist das das hat einen zweiten Namen auf dem jeff therian wer ist das wenn sie finden genau Löwe er war mit den bieten er hat all drauf er hatte ganz und gar nicht ob das so eine gute idee war Wir haben gerade unseren Bruder betrogen. Was ist passiert? Das war wie die Vision, die ich auf dem Balkon hatte. Und es macht jetzt mehr Sinn. Sie hat keine alten Visionen gesehen, sie hat ihren Bruder zu sterben. Sie hat die Bewusstsein verloren, die die Vision verhindert. Vielleicht kann ich den Weg zum Rest des Inzidens irgendwoher. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich in Cordelias Zimmer gehen und dort die nächste Vision aufrufen. Vielleicht erfahren wir dann, was hier los ist. Ich glaube, sie hat die Vision aufrufen, aber ich kann es nicht aufrufen. Ich glaube, sie ist unbewusst. Ich weiß nicht, was sie rauskriegt. Ich weiß nicht, was sie rauskriegt. Es gibt eine Vision hier, aber ich kann es nicht aufstehen. Ich glaube, sie ist unbewusst. Ich weiß nicht, was sie rauskriegt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich gehe nochmal nach oben. Gemäge. Ich weiß nicht, ob ich keine Erinnerungen gefunden habe, mit Keith zu arbeiten. Die kleine Wrenche ist definitiv nicht derjenige, aber ich muss noch den Green Planet in place. Schau mal das. Ich habe viel mehr Kontrolle, wenn ich die Wrenche schreien, wenn ich sie schreien. Hmm. Es zieht mich an The Shining. Hmm. Es gibt ein Bild von Codelia. Ein Bild von Codelia. Ich frage mich, ob es ein Bild von Codelia gibt. Dann kann ich irgendwie die Vision auslösen. Hier wahrscheinlich. Nein. Ich gehe mal zur Tür. Hier ist nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Entschuldigung. So, was machen wir jetzt? Ich kann nichts anklicken oder sonst was. Was mache ich denn jetzt? Habe ich ihn vielleicht irgendwie... Wird gesendet. Wird gesendet. Warum hat sie mich einberufen, als sie John kennengelernt? Ich habe vergessen, was genau sie sagte. Hmm. Probieren wir etwas anderes aus. John. Kommen wir zur John-Vision zurück. Ich weiß nicht, ob ich jemandem über diese Vision sprechen kann. Sie können Max für mich protektieren. Wahrscheinlich. In Kombination mit dem Telefon. Ich kann das nicht nutzen. Mal. Probieren wir es mal aus. Hallo, Lament Antiques. Das ist Rose. Wie kann ich dir helfen? Ja, hi. Mein Name ist Cordelia. John McCoy referred mich zu dir. Er sagte, dass du mir helfen kannst. Ich habe diese... Well, diese Vision von meinem Bruder. Er wurde getötet. Und es ist schrecklich. Ich verstehe. Und was trinkt Ihre Visions? Well, manchmal sie einfach passieren. Aber es ist immer nur irgendwann ich... Irgendwann ich... Irgendwann ich denke, dasselte Gedanken zu einer Vision sind. Ja, das ist eine der wichtigsten Wissen. Aber wie kann ich un-Assoziate sein? Sometimes ich fühle mich nicht aus. Ich kann nicht stoppen. Ich kann nicht ein Vision. Right now, the only thing that works is repeating, I am awake to myself over and over in my head. After I start doing that, my mouth starts to say it. And then I remember I'm me again. Well, we will see if Mama Rose can help you. Mama Rose. We will try something now. Close your eyes. Now, just relax. Let your forehead rest. Relax your eyes and your jaw. And I want you to search around for a feeling inside yourself. It's a little light. You might see troubling things, but you can also see helpful things. For now, search for the little light. And I want you to try to make that light bigger and brighter. Bigger and brighter. The light is moving. But it's hard to focus. I... Oh! Hello? 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 Are you there, my dear? You screamed. Yes. I'm... I'm here. I... I need to go. I'll... I'll see you soon. My dear, before you hang up, remember. Some things you see are fixed and must happen. Yes. But some premonitions are malleable. Their events can be shaped and changed. Take heart. There is always hope. Goodbye, my dear. Goodbye, my dear. I'm looking for John McCoy. No one and only. I was led to believe... Where? You just get... Well... You just get... Well... Team verliert. You said your team was losing. What's the game you're watching? Not watching, watching. But I got a live feed of the score. That was a bit painful to look at. Goddamn Pat's letting me down here and I got money riding on this. I mean, come on. The Washington Redskins? I figured we tear them open like a Christmas present, but no. Vision. My brother, Max. He's the one who's gonna die? What evidence do you have? Well... All my life I've had this sense. I've been able to see things that haven't happened yet. Give me a break. And then they come true. I've been having these awful scary visions. And in the Max dies. He gets killed. I heard you help with this sort of thing. You heard wrong. I don't help. I keep an open mind about things. And now someone's playing a practical joke. Who put you up to this? What? No. No one. Kann ich sie überzeugen? What can I do to change your mind? You can show me your visions or show me your dead brother. All right, all right. I'm sorry. This whole week has been lousy. And watching the paths get ripped apart is no help. But what am I supposed to think? You're supposed to think that you can do something for me. Maybe you need to talk to someone. Here. There's this woman, Rose. She runs an antique shop and she's gifted. She knows about the visions and things. She's been giving me some guidance. Give her a call. There's a desk down on the end. You can sit at the call. All right. That's the conversation I saw a piece of earlier. So, wie kann ich ihr jetzt überzeugen? Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Warum schließe ich in meine Tür, wenn ich hier irgendwie rausgehe? Verstehe ich nicht. Nun gut, dann muss ich sagen, ich beende hier die Folge. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao.